jo moin moin leute herzlich willkommen zum dritten teil von sie for honor ich bin es wieder euer maddoc zusammen mit dem lieben nighthawk und einem ehrengast den phase so dann wollen wir mal mit dem dritten teil heute beginnen den euren auswählen da sind alle beiziebten das in die miene oder wird aber wie sie kamen weiter Da rennt er in die Mine rein, wie nice ist der denn denn? Ooh. Da rennt er in die Mine rein, wie nice ist der denn? Ja. Sinus, bist du schüchtern? Haha. Auch nur so. Wenn du still bist, kippt man gar nicht von dir. Ja, wenn du Lust hast, Sinus, bezieh ruhig mal deine Party auch mit hier rein. Dann hören die Leute dich auch reden. Leck mich, Alter, leck mich, Digga. Das bringst du nicht. Reiß dich. Da kommt alles live auf Youtube später, also bitte zusammenreißen. Ja, der Sinus ist ein richtiger Lachsnacken. Echt? Ja. Und wieso? Du hast ein Herz als im Leben und das als Kerl. Sie ist voll hübsch, man, Junge. Ja. Ah, Mann. Auf jeden Fall. Junge, die Gegner denken da... Ich hab ja nichts gegen Homosexuelle, jeder soll machen, was er will. Ja, ja. Die Gegner müssen denken so, das ist bestimmt dein liebervoller Mensch. Mädchen noch bestimmt, kann ich viel kennen. Ne. Ja, die denken doch, du bist ein Weib und schreib mich schlechtlich an und lustig. Genau. Aber... Naja. War das schon immer auf Deutsch, was sie da reden? Ja. Ja. Ja, ja. Zona A urhalten. Zona C Dr Gas von. Ah gut, komm, bitte mich doch mal einfach runter. Und dann abhauen, ne? Ich bin regegangen, ein böser Junge. Ach du. Ja, ja, ich muss ja aufpassen, was man sagt hier. Verdammt. Ich bin ganz sozial heute. Ja, da muss ich alleine. Was ist alleine? Okay. 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 Ich kämpfe gegen einen echt guten Samurai, Alter. Oh. Ja, den hätte ich gerade auch mal am Arschchen. Ach es mich. Gegen einen Bot, Alter. Leck mich doch. Der Bot ist... Der f*** mich weg. Und bist du denn bei C oder wo? Der Bot wurde durch älter Hardin ersetzt. Alles klar. Er wird einfach durch den Spieler ausgetauscht, alter mit einem Gang weggeportet. DDS. Der chillt einfach bei C. Der chillt da einfach bei C. Der chillt da einfach dieser Affe. Ja, wenn es einer ist, den kriege ich weg. Komm, mir lebt dich. Ja, oder halt nicht. Es waren halt neu. 2 gegen 1. Musik 05. So ein, genau. Ja! Ja! Ja du hast die Aufmerksamkeit? Die sind so eine See eingenommen! Ja. Ja! Dann geht's mal. Ah! Was ist... So kann ich den hier nicht wieder bewegen. Ja, verpiss dich nur. Ey, was? Daher, Junge. Geht's nicht um Kälze, geht's um Einnehmen. Ist doch schon alles gut. Ja, vom Gegner. Ja, ne. Ja, doch. Die sind blau, falls es irgendwie aufgefallen ist. Ich bin nicht farben, die Liedel, ja? Ja, meinten, ja, offensichtlich schon. Ja, ne. Ja, doch. Doch. Ne. Doch. Wir haben doch alles eingebracht, was hast du? Alles gut. Ja, jetzt. Komm, packen wir hier, Dude. Alles gut. Ich gewinne. Aber nicht deinen Verdienst. Ja, wieso? Genau. Ich hab die meisten Kills ausfüllen. Ich hab hier zwei bei C. Gernet, wenn einer mal vorbeikommen könnte. Ja. Was krieg ich dafür? Okay. Okay, einen hab ich weg. Er hat sich easy wegschlitzen lassen. Oh shit. Gut. Bernd Chris Power. Leute, da ist noch einer. Haut auf mich ab. Aha. Oh man. Oh man. Oh man. hat er ist in der hinterher ja ich bin die team das scheiß samurai ist viel zu schnell warte bleibt da ich bin ich hole danke ich hab ihn grad von der leiter geprägt Fuck. Zone C eingenommen. Er kann ja wirklich nicht mehr in Reblitzen. Krieg. Oh, 5-6. 5-2. Ja, da dachte es nicht blutend. Ich sag... Oh, mal Kriegsressourcen einsetzen. Ja, Mann. Das sieht echt geil aus. Eingenommen. Aha. Ja. Rot. Oh, nein. Das sieht jetzt aus. Lassen die Geschlechter sich unterschiedlich spielen eigentlich? Also ist eine Frau schnell zum Beispiel als ein Kerl? Ähm... Nicht, dass sie wüsst. Glaub, das kommt eher auf den Charakter. Das weiß ich selber gar nicht. Ich will auch so'n Helm haben, wie du hast. Auf dir. Ja. Ja, mach ich denn auch. Dann leute ein bisschen Geld. Dann spiel ein bisschen. Ja, dann tue ich doch. Ja, dann... gut. Ja. Ja. Ja, ich sei gut. Ja. Jetzt chill, Junge. Okay. Dann ist ja gut. Ja. Finde ich auch. Mhm. Das will mir keine Unterhaltung bieten, ne? Das ist nicht gleich zu zäh zu rennen. Jo, ich komm mit dir. Mach was, mach was. Ja, ist klar. Rage Mode ist so extrem. Hinten hast du belieblich. Jo, aber... So, sind wir C eingenommen. Danke. Riesi Joran schnell diesmal, stimmt's? Ja, ja. Das ist so blöd gemacht mit den Farben, Alter. Ohne Witz. Oh. Wenn ich überlegen, gibt es so viel Punkte, ne? Ja. Ich bin tot, Alter. Ich hab einen NPC so'n kleiner gepädelt. Oh, warte. Alter... Zeug... ja ich belebe zweiten habe ich lb rb macht ihr rundum schlag m es klar hat die vertreten der ist so krank schnell das ist schon ich bin unten bei c wenn mich da einer aufholt unten bei c warte weil die leute rausgehen müssen alter ich von selbst neu ich wollte jetzt gerade fast da ja das sind aber zwei oder drei oder wie ich es gesehen habe ja jetzt werde ich ganz gut verpischt euch hey alles gut okay angriff bloß los geht gib ihm doch ja man meine eigenen teammate er mich abschnitzen ist doch mal gut alter was ist denn nicht richtig mit die behinderte stück das ist doch wahr und sein gegen eins spielen wenn sie nicht mit dem teammitglied wenn wir wussten wo ist der denn hin der sich vorweg gebrod hat ja war ein bot bestimmt bots werden einfach weggebrodet wenn dann andere spieler bei 2 gegen 1 ist so fär ja 2 gegen 1 bei b ich bin schon da 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 und dann ab er hat mich noch gekriegt alter ich glaub es nicht ein prozent leben hat er noch ich bin schon da ich bin schon da Ich gehe zu C. ZONE C EINGENOMMEN Guck mal wie er sich verpisst weil er eine Bombe von mir vor ins Gesicht gekriegt hat. Voll lustig. Schnell kill gern. Macht ihm jetzt die ganze Wette leer wenn es sein muss. Seh du da hoch ich geh mir die Treppe. Oh die Treppe. Mooooon. Ich hab den eigentlich volle Kanne erwischt aber ja gut. Wie schluckt der da noch? Ich lieg bei B. Ich nehm mal einen. ZONE C verloren. ZONE A EINGENOMMEN Ich lieg bei B. ZONE A EINGENOMMEN Danke Razer freut mich. Ja eigentlich zocken wie gesagt den ganzen Tag normalerweise. Also vom Vormittag meistens. So durch. Unterschiedlich spät in der Nacht. Und ja. Jetzt mal der Tobi so ein bisschen. Der Kug dann hoch bleiben später. ZONE A EINGENOMMEN Rang ich den Silja und ich hab den Katapult rein. ZONE A EINGENOMMEN Aber freut mich dass du die ganze Zeit zuguckst. Wenigstens einer. ZONE A EINGENOMMEN R-Sinus übertreib halt maßlos. Haha. A EINGENOMMEN NICHT Untertitelung des ZDF, 2020 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 es ist unten war da noch einer da war ja noch einer aber in der masse siehst du die gegner gar nicht da habe ich jemanden wiedergegeben ja tschilder ist so ein fetter samurai ich muss ihn kurz töten so warte bist du noch da wo bist du die sind im übrigen team blau ne echt ich weiß nicht ob es Kandidaten gibt die auf mich einhacken aber die sind ja im team ok ein tschild verschwindet ja cool warum können die blocken das ist unfair ja und der hat mich alter kacke ich bin grad übel zart eskalieren bei sinus alter gar keine probleme das blut rünstig geiler haja siehste terror er er ja 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 ich würde selbst die kave ja 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 unsere gegner die drei gegen ein eines weg mich zurückziehen der samurain das sind eigentlich die ganzen fetten langen stäbchen samurais irgendwie habe ich sie so aufgenommen haben gesehen jetzt nicht mehr aber ziemlich stark die langen stäbchen die die Ich bin bei C und da kommen zwei, glaube ich, also ein Achtfall, Samurai. Ich lege bei C in der Bombe hin, falls einer kommt. Execution Finisher. Ich sehe kein Geiges. Warum gewinnen wir nicht? Ah, da muss einer noch in der Mitte wiederbleiben. Jetzt ist er tot. Ich glaube schon, wir waren zu gut für die Runde. Ah, ja, ist ja gut. Alle, wieviel schon machen die? Ich heile mich zumindest, wenn ich... Rock'n'Roller ist blutdünstig. Es lebt angeblich noch einer. Hä? Hä? Woran bin ich denn jetzt gestorben? Wo war das denn jetzt? Muss ich mal im Stream gucken. Hä? Äh, bei B kämpfen unsere Minions grad gegen irgendwas unsichtbar. Der ist unsichtbar, der letzte Gegner. Ja, der hat mich auch gerade getötet. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Warte. 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 Okay, ich bin tot. also sie sind diese markierung gemacht wird jetzt schon in der beta gehackt alter traurig ist das denn wenn wir überhaupt schaden machen der hat göttlich waren ja bei wir fliegen einfach so leute um ist nix die fallen einfach um ich habe mich auch in der falle hinter der der ist bei mir gerade ich habe einen gott getötet aber was das jetzt für ein hacker war das weiß ich auch nicht in der beta vor allem alter wir werden nicht muss man denn sein ja voll dann traurig 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 oh das war ein spielback aber das wäre ein krasser spielback den ich noch nie gesehen habe ja ich melde den netz cheating melden ruffing melden das wäre lustig ok das übernietest er wird als bleibiges emplen gemeldet nö warum soll ich äh ne so gemeldet das ist doch voll das hübsche emblem ja du könntest aber auch ein männliches glied daraus machen ne hallo und herzlich willkommen an den neuen zuschauer wenn du das jetzt weiterhundertst und dann hast du die stange reinsetzt ok moin k k k ein kollege von mir dieser razer fan 27 er hatte mich gefragt ob ich auch battlefield 1 zocke ich habe ihn einfach mal an dich weitergeleitet und ja gegebenenfalls wenn du mal battlefield streamen sollte würde er sich bestimmt auch anschauen dann ich habe ihn einfach mal ein bisschen weitergeleitet und äh ja 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 also ruhig in den kommentaren schreiben zieke ich lese hat er oh ich habe tausend punkte schon als schmaus geben aha ja oj mein 14 moment habe ich jetzt gerade ja danke ja ja es ist ja geklatscht du bist eklig ja wieso sagt man nicht wo steht es im regelwerk von terror da steht richtig keine beleidigungen keine anstößigen Kommentare kein Rassismus keine beleidigungen Rassismus ja ich bin raus ein Spaß ich bin nicht rassistisch ist jetzt mal eine Lüge keine Lüge ich hasse alle Menschen das hat nichts mit Rassismus zu tun und Einen Griff. Ich geh mir für zu A. Ich geh gerade zu C. Du Gott, zwei Stück hier. Ja, bei mir auch. Oh, Ida ist ein Langstrang. Mensch. So, da, zwei, klar, haut auf mich drauf. Ey, die mit dem Schild, ne? Das sind so OP, Leute. Zona A verloren. Eieieiei. Ja, gut, du kommst halt nicht wieder mit dem Leben, wenn du selbst spawnst. Ach, das sind, ach ja, ich bin ja blau. Na, scheiße. Oh ja, zwei gegen A. Geh mit mir, geh mit mir, A. Okay, ciao. Einfach runtergetreten wieder. Oh, da sind ein paar Gegner bei B. Haben noch ein paar. Da ist er schon zu C. Ey, ich hasse den mit dem Speer. Der kann auch so einer Rage angreifen. Das ist unglaublich. Oh. 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 Ohh. Pfff. Oh, fuck, man will die. Oh, oh. Mann, zwei gegen einen, geil. Ich komme, Sino, ich komme. Renhawk. Das ist falsch an. Nein, alles, das hört sich alles gut an. Alles richtig. Ja, dass du draufstehen ist mir schon klar. Ja, Mann. Du Hobo. Was willst du schon? Guck, ich liege hier sogar in der Ecke perfekt, oder? Ah, I, Langstange. Die beam. Das ist der einzige, der Blutungsraten verursachen kann oder so? Nein, die von Ritte, diese Friedenshüterin, kann auch Blutung machen. Oh, er hat mich. Belieb mich, belieb mich. Danke. Das ist doch die map, wo man von oben runter springen kann. Was heißt von oben runter springen? Du kannst halt, wenn du hier an der Klippe stehst und RB drückst, dann springen. Ja, komm mal hinter euch. Hast du dich aber extrem viel Leben. Das sind zwei. Das sind drei bei C. Alter, ja, Langstange, Schild. Alle ist Hilfe. Okay. Ach, gegen diesen drei haben wir kein Schild. Habe ich jemanden wieder? Nein, ich habe einen Autor. Ja. Spawn mal neu. Ich gebe jetzt aber viel los. Jo. Genau. Du kannst denn, wenn Du Schild alles abblocken, aber was ist das? egal von wo man angriffen kann überall alles ablocken das ist so ungefähr diese scheiß schütten menschen also wo du hin aus manchen was tot all das weder wo man es denn schaffen ein mit dem scheiß schild der mit dem schild ist gar nicht so schwer so langsam wie er ist kannst du den mit extra schild weghauen der mit dem sperren und der soll sohn der fliege ihr lebt noch gar nicht mehr abgebogen abgeknallt der umsetzen kollegen im leben nicht er kann so viel ablocken wie du willst er ist schnell und hat mit einem 3-2-3 haben wir es Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja kommen wieder zu zweit ja mann ja rossi ist doch übelst geht zu spielen wenn du etwas anderes gewohnt ist dann ja zum beispiel auch nichts anderes mehr spielen außer schnelle charakteren also für ihn zu tun das andere ist komisch für mich ja kommen direkt mit einem speerpfot von hinten eh mann ich hab kein bock mehr ohne witz drecks gehen wenn sie gegen so eine speerhure tun und so nix machen ok die mit den speers mega so krass lol alter der muss ist fett das muss ich zugeben meinst nach hinten a und dann r ja ja ein weiter der richtigen ne, gib der ja gestanden Mensch, geil Hilfe Ey, hinter mir sind noch zwei Hilfe Ey Den kann ich nix machen, wir rennen drei Leute hinterher, also guck dir die Pussys an Einmal kann man gegen die Stangen Bitch gewinnen Rennst ihm weg und dann Angst, Alter Ja, echt so Fussi Modus Fussi Modus Fussi Modus Fuck so eine eingenommen ich habe keine ausdauer ich sterbe an den scheiß verblut von den langen stangen menschen soja wieder zwei gegen ein ja komm alter da kann man ruhig mal klatschen alle wach werden einer kämpft hat mich belebt alle schießen jetzt einen mit bogen ab weil er schlitt mensch Oh Gott. Ja, übertreib halt gar nicht, Alter. Ich bin tot. Oh, ich bin oben oder sowas. Keine Ahnung. Oh cool, ich bin der Letzte. Erstmal rennen. Ich muss wiederbeleben. Also mich kann man wiederbeleben. Ja, cool. Dort alle die Vergewaltungsdaten zu zweit. Diese Langstange-F***erle und Scheiß-Schild-Popperhalde, Kinga. Der Schild-Typ war nicht noch nicht mal so schlimm. Echt, der mit dem Speer, der hat mich am meisten abgefahren. Der Schild ist einfach nur übertrieben mit seiner Abwehr, Junge. Der währt von allen Seiten ab. Du musst es kaum. Machen, was er macht. Ja, auch voll übertrieben, was du da. Die Langstange, Junge, die stecht dich über die komplette Map ab. Da macht es noch Blutschaden, noch genug Schaden. Guck mal, vor allem hier dieser Adept. Irgendwas, der hat hier den Champion-Titel schon. Ja, wer kann, der kann, ne? Hat sich ja nichts gegen Sachen. Verteidiger haben die dreckigsten Farben, Alter. Wieder der mit dem Speer dabei, ne? Mhm. Komm mal, mein Krieger wieder her. Ja. Ja. Komm mal, mein Krieger wieder her. Diesmal ist kein Speer, eins dabei. Ja, aber das ist auch so mitten im Schild. Ja, der ist kein Problem für mich. Nee, geht trotzdem auf den Ernten. Also ein Problem kann jeder sein, wenn er spielen kann, aber in der Rede sollte das nicht führig werden. Warum schreckst du sie kehren? Wegen seinem Kommentar? Wegen seiner Audio? Oder heißt du Norbert? Wie literacy werden kann jeder sein, wenn er sich nicht fährt. Verloren. Nass, width. Zonav. 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 ok 3 gegen 1 jaja wie sind die in der herren ich sehe es den wikinger habe ich den kann ich aber nichts machen war ja echt gut spielen kann ja jetzt gehen sie zu zweit auf mich doch hier kämpft weiter die treue ich ja genau wenn sie mich nicht brachte ich schreibe um das was das asoziale bei dem wikinger mit schild ist alter die brauchen das nach unten drücken und da werden die halt alle richtungen das ist richtig mega ich hasse mein controller tut wieder das was ich nicht will ja dankeschön dankeschön jetzt abbaut mir abhaut der gruppe sein team mitgliedern pfazer alter krecken hallo 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 wie in der richtung warm ich stecke fest und der an der vorhin aktivieren um mich zu kriegen richtige helden aber ich wiederbeleben und bei dem ah ja die sind ja wieder zu kaufen tausende naja die fangst nicht die Klappen das soll wieder nicht von zwei angerufen werden ey man dann werde ich dich dann da wiederbeleben Zone C verloren verleb dich warte hör dir mein Schatz ZONE C eingenommen die 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 von den Wikinger und dann blub drei gegen einen entscheidend wenn drei gegen drei gibt ich glaube da würde ich schon alleine und wieder zwei leute auf dem sack hatte ich gerade auch der blute ich kämpfe gegen einen nur noch der fette aber mit seinem schüttel ja da geht auf mich los er kann ihn halt richtig gut spielen alter und dann schüppst du mich einfach um runter der bastel ja zonen c verloren ja sicher zwei stück platz gegen mich ist klar jetzt einfach mal eine halbe stunde dauert dass man geheil ist ja zwei gegen eins ja 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 unsere kollegen gerade den arsch gerettet mit einer bombe und Ja, wieder 2 gegen 1. Ja, 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 geil. Ja, 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 ja. Ja, 12-1 ist klar. Weiß Wikinger Spassi. Machen wir mal Lobbywechsel, oder? Machen wir mal Lobbywechsel. 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 Machen wir mal Lobbywechsel.